Oh nochmal ne Mei Sind da mehrere? Keine Ahnung Nee Aber ich hab mein Ulti bereit Oh scheiß Karre Shit, shit, shit Und in meinen Highlights Gegnerische Geschütze und uns nicht ernerven Aha Uhuhu, Mini-Heilung Shit, ich muss aussteigern Ah, scheiß Sniper Die Pracht nähert sich ihren Zielen Pack dich ins Geschütze voraus Es läuft wieder Oh Wo soll uns hier das Eis brechen? Gegnerisches Geschütze Autschen Wieso tun die so weh? Den Charakter hier Eieieiei Eieieiei Geniale Werfen wir uns in Schale Ich bin sehr da Zwei Wurde ich jetzt Flies Macht wurde gestoppt Sorgt mal für ein bisschen Action Sorgt mal für ein bisschen Action Sagt Wurde 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 Für Superpower! Voll funktionsfähig! Jetzt gibt es eine Atemgerie! Haaah! Okay, ja. Und er legt sich die Wand nicht mehr! Puscht mal ein bisschen! Ich hab sie abgelenkt! Dankeschön! Und vor der Schiffschitz ausgesucht! Wurrmack! Warte auf die Wand! Ich bin wieder da! Der Arsch hat so richtig gezündet. Gegnerisch ist geschützt! Ich kann ihn auch genau rein! Zeit auszusteigen! Gegnerisch ist geschützt! Wurrmack! 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 Shit! Der Champion hat auch ganz viel Leben gehabt! Verdammt! Ein Stückchen fehlt noch! Fahrt das Scheiß Fahrzeug vor! Wurrmack! 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 Vier-Fach-Kill! Los Leute, jetzt! Team Kill! Haha, geil! Das ist bestimmt Ulti. Äh, Highlight. Das war ich. Ich bin dein einziger Zuschauer. Hi, Master Green. Ich hab grad mit... Äh, DV... Ja? Diva. Diva, so. Gespielt. Das war ja das letzte, ja. Ganz am Schluss. Ulti einfach raus. So ist wichtig. Wegschmeißen und boom. Ja. So lief's richtig gut. Das war eine schöne Runde. Herausvollend, aber schaffbar. Äh, Master. Ne, das ist nicht mein Lieblings. Ich such grad noch für einen Angriff, mein Liebling. Bei Defense bin ich eigentlich immer mit dem Torpeon. Der mir Schutz aufbaut. Aber Angriff weiß ich einfach noch nicht mit wem spielen soll. Und grad lief's ganz gut mit der Dame. Die hat ein neues Spray bekommen. Okay, süß. Limette. Willkommen in Hollywood, oh je. Haha. Defense. Hier bin ich mit Zimitra echt gut. Echt? Cool. Normalerweise. Alles klar. Goldblau-orange, Mann. Goldblau-orange. Ich komme mit meinem grünen Torpeon. Eigentlich soll's ja Farm nehmen, die, 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 wo du dich besser verteilen, verstecken kannst. Das funktioniert ja gar nicht. Schwäsch ja eh, das ist sichtbar überall. Ah, ja, ja. Aber kann ich... Wie Weihnachtsbaum, wenn du irgendwo rumläufst. Ob ich dir alle Figuren erklären kann? Oh, 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 oh. Bin ja eine Weile beschäftigt. Und wer, vor allem kann ich, ich muss kurz, ähm, Verteidigung aufbauen, dann versuche ich's ein bisschen zu erklären. Also da vorne, oh Gott, vor allem die Namen. Das hier ist Bastion. Ein Roboter. Maschinengewehr-Gattling. Das ist ein Diva, mit der ich gerade eben gespielt hab. Mit dem Roboter hier vorne. Die pinke. Ich spiel gerade den Torpeon. Der ist einer, der ein Geschütz aufbaut. Willst du gleich sehen. Der kann ich ein Geschütz aufbauen. Und das Geschütz kann ich upgraden mit dem Hammer. Von Stufe 1 zu Stufe 2. Und wenn ich meine Ulti aktivieren kann, wird's von Stufe 3 auch. So. Äh. Mein Bruder, Altena hier. Der ist, äh. Der baut auch so Abwehranlagen hin, wie mir gerade das hieß. Angreifer, nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Da fliegt was. Oh. Der Gegner, der gerade geflogen ist, ist die Raketenfrau. Die kann steil hochfliegen und dann mit Raketen schießen. Oh, Sniper da. Gehen wir kurz heilen. Ja. Nein. Scheiß nachladen. Ein Schuss noch, dann wäre sie tot gewesen. Scheiß Sniper. Mein Geschütz ist auch kaputt. Massacreen, yo. Ich habe auch YouTube. Lade ich hin und wieder mal wieder Spiele hoch. Aber so Livestreams, sowas selten. Wo mein YouTube-Channel ist, kannst du unter dem Kanal steht es dran. Da müsste ein Link drin sein. Ich habe nicht genug Schrott. Ja, ich habe kein Schrottwarte. Level Rüstung. Hier gibt's Rüstung. Ich habe den Schraten geöffnet. Jawoll, nice. Sterbt, Leute. Au, das hat weh. Knappt euch die Rüstung. Immer hier. Ich habe keinen Schrott. Ich habe keinen Schrott. Genau, ich habe eine Fähigkeit, mit der habe ich... Ich habe große Pläne mit mir gemacht. Oh, toll. Nicht jetzt. Okay, ist tot. Gut. Unsere Geschütze auf Schiff 2 aufbauen, schnell. Oh, mein Dank. Ha, genau so habe ich dich mir immer vorgestellt. Oh, ich muss nachladen. Oh, Heiland. Oh, Heiland ist auch da, ja. Oh, das scheiß. Der Dürmer ist auf einen Bogen, Johnny. Oh, noch ein Sniper. Verdammt. Äh, kein Leben habe ich Ulti kurz gezogen gehabt. Dann habe ich viel mehr Leben und ich mache mir Schaden. Und mein Geschütz wird auf Stufe 3 aufgerüstet. So viel zu bauen, so viel zu hämmern. Ups. Oh, Ulti, Ulti, Ulti. Oh, okay. Okay. Nein. Ah, jetzt müssen wir nachladen. Oh, dieses Potenzial. Rägen wir los. Du kannst aber nur einen heilen da drin. Oh, danke für die Wiederbelebung. Oh, da hinten ist ein Bastion am Auto. Ah, der Falle in Bogen, Johnny. Ist auch so eine Art Sniper. Er kann auch mit einem Schuss Gegner töten. Was Spiel kostet? Äh, 40 Euro, warum so man glaubt gerade. Kannst du auf Instant Gaming, da ist gerade am billigsten, kannst du dir den Code kaufen. Gibt's auch einen Link bei mir unter Dings. Unter meinem Kanal. Shit, shit, shit. Oh, dieses Potenzial. Rägen wir los. Jetzt haben sie den ersten Kontrollpunkt erreicht. Au, Sniper. Oh, so ein Luckshot, ey. Hammer gezückt und einsatzbereit. Das wird unsere Effizienz steigern. Hier, Rüstung. Greift zu. Thanks, Lass. Au, Bastion war dahinter noch. Manche Spieler sind so groß. Komm zu mir hoch. Tötet mich. Mein Teleporter steht direkt neben mir und lockt weiter. Okay. Ja, die ist ja wirklich doof. Aber hallo. Ey, wo ist der Wagen? Oh, da schon. Ah, nee, ey. Jetzt läuft's kacke. Verdammt. Die blöde Highlight hat mich abgeknallt mit der Pistole. Wie erbärmlich. Und endlich Reichweite. Nein. Obwohl, doch die Schüsse fliegen zwar unendlich weit, aber... Bis halt sie aufprallen. Aber der Schaden wird minimiert da hinten. Ich mach nicht mal so viel Schaden dann. Auf der Entfernung. Ich brauch mehr Schrott. Äh, ich steh mal beim Auto, Ah, ich steh mal beim Auto, bis sie zurückfährt. Wenn du in? Ah! Ah!